Auch im Börsenjahr 2021 müssen die Anleger mit rekordniedrigen Zinsen und turbulenten Finanzmärkten leben. Insbesondere Stiftungen sind von diesen Entwicklungen betroffen und stehen vor großen Herausforderungen. Der Grund, die klassischen Rentenbausteine reichen schlichtweg nicht mehr aus, um ausreichend Erträge für den Stiftungszweck zu erwirtschaften. Das ist unser Thema jetzt mit Vermögensverwalter Armin Glogger, Geschäftsführer von Glogger und Partner. Einen schönen guten Tag nach Krummbach. Hallo Herr Franik. Zunächst ganz grundsätzlich, was sind denn aus Ihrer Sicht aktuell die größten Herausforderungen beim Vermögensaufbau bzw. dessen Erhalt? Eine der größten Herausforderungen, die wir derzeit als Vermögensverwalter haben, ist, dass es auf der Zinsseite, sprich im Anleihen- bzw. Rentenbereich, keine Zinsen mehr gibt. Im Gegenteil, diese Zinsen sind sogar negativ. Und dies belastet nicht nur das Thema für Stiftungen, sondern auch für den klassischen Anleger, der eine sicherheitsorientierte Anlage sucht. Zum Beispiel Banken haben mittlerweile Negativzinsen ab einer Anlagesumme von 100.000 Euro. Stiftungen, die in Staatsanleihen investieren müssen oder auch Lebensversicherungen, die müssen mit negativen Zinsen zurechtkommen und das belastet die Rendite nachhaltig. Und hier muss man absolut nach einer Alternative umschauen und das für uns auch als Vermögensverwalter täglich eine Herausforderung. Sie betreuen auch einige Stiftungen, Herr Glogger. Was ist diesem Mandanten so wichtig? Ja, den Stiftungen ist in erster Linie mal wichtig, dass sie einen realen Substanzwerterhalt von ihrem Depot haben. Das bedeutet, dass nach Kosten, nach Steuern, sofern diese bei der Stiftung anfallen, und Inflation, ja, der Ertrag so hoch ist, dass man real nichts verliert. Das heißt letztendlich, wenn ich eine Inflation von 2% habe, 1% Steuern zum Beispiel noch, dann brauche ich mindestens 3% Rendite, damit ich real nichts verliere. Und dann noch die Kosten des Vermögensverwalters, also ist es für die Stiftungen momentan wichtig, eine Rendite zwischen um die 4% bis 5% real zu erwirtschaften. Und das ist die Herausforderung für die Stiftungen, da es auf der einen Seite negative Verzinsungen gibt, im Anleihenbereich, aber auf der anderen Seite dürfen Stiftungen nicht erhöhte Risiken eingehen. Und das ist als Vermögensverwalter, ja, jeden Tag eine schöne und spannende Herausforderung, um hierfür die Depots der Stiftungen einen optimalen Chance- und Risikomix auch entsprechend, ja, zu finden. Da möchte ich dann nochmal nachfragen, Herr Glogger, wie sieht jetzt Ihre Anlagestrategie angesichts dieser Herausforderungen für die Stiftungen aus? Also sprich, dürfen Sie beispielsweise auch Aktien nutzen oder sind die dann schon wieder zu riskant? Ja, das kommt jetzt zuerst mal auch ganz auf die Stiftungen darauf an, welchen Stiftungszweck ja im Vordergrund steht. Das Schöne ist, dass die meisten Stiftungen gegründet worden sind mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont, sprich größer 10, 20, 30 Jahre. Und das gibt die Chance für die Stiftungen, sich auch im Aktienmarkt zu engagieren, weil langfristig gesehen der Aktienmarkt eigentlich gar nicht so risikoreich ist, wie man immer glaubt. In den Medien hört man ja immer wieder auch die Aktien, die sind gefallen um 5, um 10 Prozent. Das ist zwar richtig, aber letztendlich ist es so, wenn man einen langfristigen Horizont hat, also sprich 10, 20, 30 Jahre, kann man diese Kursschwankungen auch entsprechend aussitzen. Ganz wichtig für die Stiftungen ist es hier und auch für den Privatanlager, das darf man nicht vergessen, dass es wichtig ist, dass man Aktien sucht, die eine hohe Qualität haben. Die Aktien haben eine niedrige Verschuldung, haben hohe Gewinne, haben ein krisensicheres Geschäftsmodell. Zum Beispiel ein Kreditkartenzahlungsdienstleister, der kann immer Geld verdienen, egal ob es eine Wirtschaftskrise gibt oder nicht, weil die Menschen, die bezahlen immer mit einer Kreditkarte und er verdient dann auch immer Geld. Und das sind beispielsweise Aktien, die sehr gut in ein Stiftungsdepot mit reinpassen. Nun sind die Risiken ja nicht geringer geworden, nicht erst seit und durch Corona. Wir erinnern uns alle noch an den Crash im Frühjahr des Jahres 2020 mit deutlichen Buchverlusten. Was tun Sie jetzt, um Risiken für Stiftungen zu begrenzen? Ja, für uns als Vermögensverwalter ist einmal ganz klar die Strategie im Vordergrund und die Strategie treu. Okay, ja, das heißt letztendlich, als wir im März 2020 diesen Corona-Crash hatten, haben wir uns zusammengesetzt und haben die rationale Beweggründe des Aktien-Crashes auch analysiert und sind dann zum Entschluss gekommen, nicht zu verkaufen. Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Baustein, dass man hier die Strategie treu, ja, einen ganz gewichtigen Baustein schenkt. Und auf der anderen Seite ist es eben auch nochmal wichtig, die Qualität zu haben im Depot und natürlich auch müssen wir als Vermögensverwalter dafür Sorge tragen, dass wir auch diversifizieren. Das heißt, wir brauchen eine breite Streuung in den Depots. Das heißt, eine Aktie in einer Stiftung darf nicht mehr wie zwei, maximal drei Prozent Depotgewichtung haben. Und sollte es dort mal zu einem Problem kommen, zu dieser Aktie, dann ist dieser Anteil im Depot relativ gering und somit das Risiko auch überschaubar. Und wie gesagt, die Gepard zwischen Strategietreue und eben auch Diversifizierung, sprich Streuung im Depot, reduziert das Risiko im Stiftungsdepot und lässt aber die Chance auf Ertrag weiterhin bestehen. Abschließend, Herr Glocker, sind all diese Ideen und Anregungen, die Sie uns hier in diesem Interview mitgebracht haben, auch für den klassischen Privatanleger geeignet? Ja, absolut. Der Privatanleger hat ja auch das primäre Interesse, real das Geld zu erhalten. Sprich, dass er nichts verliert nach Inflation, Kosten und Steuern. Und hier soll der Privatanleger auch konzentriert sich hinsetzen mit dem Vermögensverwalter, eine Strategie besprechen und erarbeiten und lieber in Qualität investieren, als in eine Spekulation zu tätigen. Eine Spekulation ist auf der einen Seite natürlich immer die Chance auf hohe Rendite in einem kurzen Zeitraum, aber in der Regel halt nachhaltig nicht. Das heißt, nachhaltig habe ich hohe Risiken, ich kann sogar meine Aktie vielleicht ausbuchen. Und hier ist es dann wichtig, mit dem Vermögensverwalter eine Strategie zu besprechen, krisensichere Aktien zu investieren, die keine Verschuldung haben, die hohe Gewinne schreiben und dann ist auch das Risiko für den Privatanleger und auch für die Stiftung letztendlich überschaubar. Sofern man einen sehr langfristigen Horizont hat, sprich 10, 15, 20 Jahre, dann steht dem realen Vermögensverhalt für Stiftungen und Privatanleger nichts mehr im Wege. Anlagestrategien für Stiftungen im Fokus dieses Gesprächs mit Vermögensverwalter Armin Glogger. Herzlichen Dank dafür. Danke auch.